Yo Leute, zurück bei Crash Bandicoot 2. Ich hab jetzt nachgeguckt wie in diesem Game Over gehen und ich glaube ich darf Game Over gehen. Das geht nicht kaputt, eigentlich. Na, ich zuck einfach mal, geh hier in Rocket und mach dieses echt extrem schwere Level mal. Also das ist wirklich schwer Leute, die Steuerung ist echt für den Arsch. Richtig für den Arsch. Aber ich hab's drauf, ich bin Pro. Ich krieg das hin. So, wenn wir diese Raketen-Jetpack-Dingsbums und müssten einfach nur nach vorne fliegen. Klingt erstmal so leicht. So geht's runter. Sieht leicht aus Leute, aber die Steuerung ist richtig scheiße. Also wirklich scheiße. Ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen. So. Die Teile darf ich nicht berühren, die sind richtig ätzend. So, erste Etage. Hier direkt ein Kontrollpunkt. Hier muss ich aufpassen, nicht getroffen zu werden. Ja, ich weiß nicht, wie ich die killen soll. Die machen mal diese scheiß Strom und mal nicht. Ich bin tot. Ja, ich mach Continue. Und eigentlich müsste ich jetzt wieder da anfangen, wo ich aufgehört hab. Ja, das ist gut. Es klappt. Gut, 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 gut. So, ich geh direkt wieder rein. Ich muss das schaffen, Leute. Es kann sein, dass jetzt ein paar tausend Fails kommen, aber muss auch mal sein. Es gibt ja Skills bei mir und Fails bei mir. Ah, ich muss diemillimeter. Nein, das ganze normal. Bei wenigstens haben wir jetzt fünf Leben. Mit der Null halt. so noch einmal geben wir nicht game over das nase kratzen so weiter geht's okay immer schon mit äpfel mitnehmen die kisten sind eigentlich egal hier kommen wir ganz leicht durch die machen noch gar nix hier in der mitte durch es gibt wieso steht der ok er ist tot ich verstehe das nicht ich weiß nicht wie ich den killen kann leute echt nicht wenigstens haben wir zum checkpoint und gehen auch hier leben ist mir egal leben ist mir egal geht doch stieb einfach alter oh mein gott oh mein gott ich kann nicht was gar nicht reden ich bin so angespannt und konzentriert das glaubt ihr gar nicht oh mein gott kristall nein nein okay ich kann so zurück wie ich will doch einfach nur den kristall haben geht doch ja wie soll ich da dann durchkommen verdammte axt oh mein gott zum glück hatte ich hier ein kontrollpunkt ich hole mal das leben da oben ja oder auch nicht bevor ich noch mehr leben verschwende gehe ich mal lieber hier wieder durch ach du scheiße ist das schwer okay hier waren noch mal drei punkte ok gesehen ja btf 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 so ja genau ich habe doch extra abgebremst du homophilist noch zwei leben heute das schaffe ich nicht mehr ich schaffe das nicht so rüber einfach ganz schnell wieso ey das ist doch unmöglich alter das ist doch unmöglich ich verstehe die scheiße echt nicht oh god das ist ein kacklepp ja ich gehe doch einfach durch ey oh mein gott ich bin wieder game over continue aber egal man muss sich da langsam reinführen irgendwann mal ist die Steuerung so leicht dass ich das sogar im Schlaf kann und ich finde auch glaube ich noch raus wie ich diese Teile wirklich besiegen kann naja wir werden sehen Übung macht den Meister aber leider sind wir wieder ganz am Anfang aber so weit sind wir auch nicht gekommen na los bereich doch mal du Scheißfuchs ey okay okay man kann direkt ab ausweichen die man nach hinten geht sofort das ist oh das ist gut zu wissen so jetzt haben wir ein Leben mehr schon mal das ist nice die Dinger gehen mir richtig auf uns Alter wieso gehen die jetzt nicht auseinander ich verstehe die Welt nicht mehr ich verstehe die ganze Welt nicht mehr es braucht wieder Stunden um seinen scheiß Raketen zu nehmen beeil dich doch einfach Mensch das Team ist Hilfe noch ich werde verrückt halt die Fresse nicht so riskant spielen denn nicht so riskant spielen so durch da durch da durch da jawohl checkpoint mitten durch nach links diesen Kerl besiegen warum zum Teufel besiegt er mich ich verstehe es nicht Leute schreibt es in den Kommentaren ich kapiere es einfach nicht mal kann ich ihn weghauen mal nicht ich sehe da keinen Unterschied ich sehe ey ich hasse hier gleich aus ich 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 weiß nicht was ich gleich mache also langsam muss ich doch mal hier Junge 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 ja jetzt steht ja noch an den Dingern oder was ey ich ey das gibt's doch nicht das Spiel ist nichts für mich also das Level meine ich natürlich soll hier und hier ja oder oder so oder so oder so ja ist klar auf einmal geht's gar nicht mehr ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht failpart Leute richtiger failpart ja latsch da rein in Zeitlupe am besten kommt auch nicht wieder raus Fenster auf hier so so Eindruck machen wir ja noch und wenn nicht dann mache ich aus gucke mir das bei YouTube an wie andere Leute das machen und dann schaffe ich das auch so ganz gechillt noch alles gut ich weiß ich habe ein Leben vergessen den hole ich noch im nächsten Run da einfach durch ja hier war ein Checkpoint hier muss ich mit durch jetzt kommt wieder dieser Affenmensch jetzt kommt wieder dieser Affenmensch ok einfach ganz langsam reinschleichen so nichts von einfach kommen ok ok wow das war gut hier gehe ich mal außen lang das war richtig klug von mir uah ok 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 schlägt doch mal geht doch alter Verwalter erzählen ok stirb jawohl 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 armen alter gott sei dank boah das level ist zu ende das level ist endlich zu ende heidewitzke heidewitzke endlich leute meine phrase rocket geschafft jetzt haben wir gerade mal zwei level fertig und ich glaube ich mache hier meinen stop leute lohnt sich jetzt nicht in den letzten vier minuten noch ein level anzufangen danke fürs zuschauen in dem nächsten part kommen hoffentlich wieder ein paar skills also bis dahin tschüss